Liebe Geschwister im Hernesum Christum, in der Reihe Israel Geschichte und Verheißungen sind wir jetzt beim ersten Stamm, nämlich Ruben, dem Erstgeborenen, angelangt. Er war der Erstgeborene, hat aber dann das Erstgeburtsrecht verloren. Jakob hat ja dann mehrere Söhne mit Erstgeburtsrecht. Das werdet ihr alles dann lesen und hören in dieser zwölf- oder dreizehnteiligen Folge. Am Schluss könnt ihr alles genau durchlesen oder aber auch hören. Die Datei wird am YouTube angehängt und da werdet ihr auch das MP3 dann finden. Wäre natürlich auch schön, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, würde mich freuen. Und wenn ihr Fragen, Korrekturen, Hinweise habt, schreibt es in die Kommentarzeile vom YouTube oder mir per E-Mail. Im Hernesum Christum, wunderbares Wort Gottes Studium.